Da sind wir. Interessante Geräuschkulisse. Hm. Oh. Oh, hier sehen wir mitgenommen aus. Wir haben da den ein oder anderen Blutspritzer im Gesicht. Oh, wie kommen wir denn jetzt wieder hier hin? Er ist doch jetzt aber nicht unser letzter Gegner, oder? Bist du unser Endboss? Warum haben wir hier plötzlich noch so viele Geschichten? Oh ne, die kennen wir schon. Meint ihr, dass es halt so, dass man das andere übersehen hat? Weil das ist ja schon, was wir kennen, oder? Das kennen wir doch schon. Und das hier dann wahrscheinlich auch. Oh nein. Das ist ja schon. Nein! Oh... Krass. Können wir mit ihm reden? Nee. Okay. Oh, hier rechts geht's weiter. I guess. Warte aus dürfen wir nicht. Ja, nee. Kann ich da nicht her? Ähm. Oh, ich dachte, ich bin einfach wieder vorne. Hm. 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 Was haben wir hier alles? Federkehl, was bist du? Zwei, römisch zwei. Haben wir irgendein Rätsel oder so da? War ein bisschen römisch zwei. Eine sechs, eine zwei und eine sechs. Ah, wir haben keine Zeiger, right? Das ist natürlich unpraktisch. Oh, okay. Ja, findet er die Zeiger in der Tasche? Einen. Wo könnte denn der andere sein? Vielleicht doch noch hier irgendwo? Weil da war die zwei drauf. Welche in der Schublade? Hm, sieht nicht so aus. Ich kann es auch nicht aufmachen, glaube ich. Ah, die Männchen. Ein Schiff, ein Messer, ein Schwert mit einer Zehn drauf. Langsam ganz schön viele Zahlen. Zehn, zwei und sechs hatten wir bisher. Einen König. Noch keinen zweiten Zeiger, right? Genau, ein bisschen zu viele Zahlen. Ist hier am Boot auch noch eine Zahl? Oder können wir die als Zeiger nehmen? Wer springt denn immer? Hm. Tja. Hier auch noch Zahlen drauf. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hm. Ich meine, wenigstens ist die Musik beruhigend. Ich bin es halt echt ein bisschen clueless. Da dürfen wir gar nicht rein. Wann dürfen wir hier sitzen, ist die Frage. Verdammt. Verdammt. Ich übersehe wieder irgendwas. Könnte denn der zweite Zeiger sein? Ich darf die auch alle nicht mitnehmen. Die Sachen. Verdammt. 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 Ich glaube aber, ich bin gleich alle Dinger hier mal durch. Ah, warte, das ist auch eine Reihenfolge, oder? Da haben sie den Kelch. Also wäre das der erste. Das ist der Kelch hatte die, äh, sechs. Dann das, wo er drauf ist. Das ist, ah ne, das Baby. Wo ist denn das Schwert? Das Schwert ist der dritte. Weil das Baby drauf hat. Muss dann die Spieldose sein. Genau. Also es ist sechs. Das Schwert hat die zehn, right? Und die Dose hatte die zwei. 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 Gucken wir mal. Ich bin leider zu dumm, das Ding zu benutzen. Es ist schon 6, 6, 2, 10. Und es macht nichts. Ich habe mich irgendwo vertan. 6, 2, war ich irgendwo eins zu weit links oder rechts oder so? Oh, interesting. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass es zwei Zeiger sind, wenn man das eben so von Uhren kennt. Aber dann irgendwann hat es Klick gemacht. Oh, wir dürfen schon wieder. Ganz schön große Dimensionen hier, riesige Ausmaße. Oh shit. Aber der ist im Fresskoma, wie es scheint. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ich wünsche, ich hätte mehr Ahnung, was ich hier tue. Oh, das ist nicht die richtige Richtung. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, danke schön, Spiel. Well, well, well. What do we have here? Oh, okay. Mmh, sehr kleine Türchen. Oh. Oh, shit. Der soll halt meine Schwester hergeben. Wir können das hier auch ganz redlich ausdiskutieren. Muss uns halt nur meine Schwester geben. Oh, oh. Aber no pressure, though, ne? Achso, ich darf hier einfach schon gar nicht hoch. Hallo. Okay, muss ich vielleicht außen rum? Am Schwert hier vielleicht? All right. All right. Schwierig. Ich sag, wie's ist. Das ist, äh... Viel seh ich hier nicht. Das ist, äh... Das ist, äh... Das ist, äh... Kann die ihm kein Elch oder so zu essen geben? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die sind ja klein gegen ihn. Nein. Ja, was machen wir jetzt? Oh, 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 oh. Müssen wir jetzt irgendwas tun? Nein. Müssen wir jetzt in ihn rein? Aber ist er den jetzt auch noch? What's going on? Und jetzt riecht er uns. Na, du alter Sack. Oh, weh. Ähm. Die wühlen mir ein bisschen zu schnell wieder auf. Ich weiß nicht genau, wo ich ihm hinziehen muss. Vielleicht auf die Hand dann? Oh. Wo zieh ich ihm hin? Ist das Danger Zone? Du 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 du. Oh, das war aber gemein, muss man sagen. Ich bin halt leider noch sehr clueless. Auf die Hand anscheinend auch nicht. Okay, man muss sagen, der ist gemein. Der zieht auch in die Richtung, wo man hingeht. So. Ich weiss leider überhaupt nicht, was ich machen soll. Das ist aber nur, weil ich meine Facecam die ganze Zeit nicht anhab. Das ist nicht sein Gesicht. Hä? Ah, doch. Man muss die alle weg machen, tatsächlich. Die gehen nach und nach weg. Nur gehen dann die anderen zu, dass man die eine Weile nicht weg machen kann. Okay. Haben wir die eine links noch weg? Haben wir nur noch die rechts? Okay. Okay. Boah. Er hat schon wieder schon zerkackt. Hallo. Ich darf nicht mehr an seine Blume ran. Weil er die Hand die ganze Zeit hoch hält. Dankeschön. Er hat dann nämlich die Seite nicht mehr gewechselt. Oh. Jetzt nimmt er sein Schwert für uns. Ei, ei, ei. Oh. Ich gehe jetzt den selben Song nochmal. Da kullert mein Licht. Ach, und dann kommen auch noch Dinger von oben runter. Ich hätte gehofft, dass die ein bisschen, bis es ein bisschen schneller geht hier. Juhu! Oh! Ich dachte, ich wäre gesprungen. Okay, das ist schon gemein hier. Oh! Ja, das ist meiner. Da hat das Timing ja gar nicht gestimmt. Aber der speichert sich, wenn man schon Blumen weg hatte, oder? In dem Moment habe ich gedacht, oh nein, da kommt gleich einer runter, ne? Hat der schon die ganze Zeit noch einmal zurückgeschlagen? Ich dachte, der macht nur einen. Das war jetzt ein bisschen gemein, da war ich jetzt schon den Dingern gefangen. Das war jetzt also ein bisschen denen. Fuck! Ich vergesse immer die scheiß Zapfen, ne? Die kommen immer nach der Keule, oder? Wie entkommt man dem denn? Ähm, vielleicht mit dem Licht? Ne. Hard-Sat-Timing-Fehler. Ich muss jetzt auch sagen, ich spiele jetzt halt auch schon eine Weile nach. Bin jetzt leider nicht mehr so super konzentriert. Aber die Musik ist wirklich gut. Oh, das ist nicht... Ist das in der Halle des Bergkönigs? Plupp! 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 Okay, tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich die blocken soll. Muss ich dafür hinter den Zapfen stehen? Ich weiß es leider nicht. Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Das tut mir leid. Das muss sehr frustrierend sein, das anzuschauen. Du bist so leid. Du bist so leid. Das ist wirklich ein Desaster gerade. Nein! Wenn's so schlimm wird, schneid ich's. Es ist nicht genug Platz für mich und ihn auf diesem Plateau. Okay, das hab ich mir nämlich gedacht, dass das der Ausweg ist, sich hinter den Dingern zu verstecken. Und dann geht's auf die Nummer Nein! Oh, das schimpft! Töne ist esполne. Ah, das schimpft! Pische Oke! Auch hier ausso Maria! Easy! jesst fantasierden its fascination! Du bist so party! Mann, das war ein Pixel von dem einen Felsen. Ah, das ist so ärgerlich. Das war jetzt ein Pixel von dem einen Felsen, der mich da noch getroffen hat. Ah, das ist wirklich sehr ärgerlich. Ah, das ist wirklich sehr ärgerlich. Aber seht ihr, was ich meine mit man muss es halt einmal raushaben? Ich war leider noch sehr verpeilt, was diese Zapfen anging. Ja, dann kotzt bitte meine Schwester aus. Um, what's happening? Ich war nur noch nicht. Ich war auch nicht. Ich war nur noch nie. Let's hope for the best. Magensäure ist ja eigentlich nicht so toll. So, Rück-Schwester raus. Oh. Oh, no. Oh, fuck. Oh. Oh, das Schwert. Er hat dir das Schwert hineingeworfen. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Unser Freund Lemus So ein Feini Oh nein Oh nein, das wiederholt sich doch jetzt nicht alles Nein Oh, das ist ein anderes Bild Okay Oh, die Figuren Wir haben aber nicht alle Die Flecken sind bestimmt, wo dann welche fehlen Ach, schade Bitte nicht Oh, da ist Zaya Sehr cooles Game, muss ich sagen Sehr schön gemacht Sah super aus Und echt eine coole Story I liked it very much Und jetzt Nee Es ist ein anderes Bild Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020